Ja moin, hier ist der Jan aus Hamburg, Graphic Novel Autor und Autor von Unterrotem Staub, neu erschienen. Ein Buch, was sich mit den Walpree Aborigines in Zentralaustralien befasst. Und wenn ihr Feinschmecker seid, dann guckt doch mal rein. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Podcast hier, mit den Comic Cookies. Cookies, Comic Cookies, lecker. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 140 der Comic Cookies. Das ist die allererste Ausgabe ohne unseren Ex-Mit-Podcaster, Andi Preller. Liebe Grüße an der Stelle. Ich begrüße in der Runde aber trotzdem die Jungs, die ihr sonst auch so hört. Moin Patrick, moin Breedstorm. Hi. Namaste. Ich bin der andere Andi und ich freue mich tierisch, dass wir heute, wie gesagt, die Ausgabe 140 aufzeichnen werden. Und wir haben uns überlegt, wir machen erstmal gar nichts anders. Ich will so bleiben, dass alles ist, wie es war. Nee, dieser Satz ergibt keinen Sinn, aber ich lasse ihn trotzdem so drin. Also wir werden weiterhin pro Person zwei Comics besprechen. Und am Ende werden wir uns in der Cookies Code Authority einem Comic widmen, den wir alle drei gelesen haben. Zunächst erstmal die Fragen in die Runde. Gibt es irgendwas Allgemeines, was wir hier droppen wollen für unser Publikum? Ich würde mal auf die Leipziger Buchmesse hinweisen. Das ist ja mit die nächste Veranstaltung, die ansteht. Mhm. Wirst du da sein, Patrick, oder was? Falls ich eine Übernachtungsmöglichkeit finde, ja, weiß ich zur Zeit so aus, als würde mein Fahrer da nicht ganz mitspielen können. Aber ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Voll mega. Ich werde auch da sein, aber tatsächlich nur am Donnerstag der Buchmesse. Und von der Buchmesse selbst werde ich auch relativ wenig haben. Denn ich habe zwölf oder dreizehn Interviewtermine ausgemacht, jeweils bis zu 30 Minuten. Naja, und so ein Messetag hat halt nur acht Stunden in dem Fall. Das heißt, ich sitze die ganze Zeit in so einem Arbeitsraum rum und werde gar nicht groß dazu kommen, mir die Leipziger Buchmesse anzuschauen. Ich wünsche allen, die dahin gehen, verdammt viel Spaß. Und ich persönlich hoffe einfach, dass ich dann dafür die Gelegenheit habe, in Erlangen ein bisschen mehr vom Festival wahrzunehmen. Und das ist ja auch ganz bald, falls ihr zuletzt, zum Beispiel auch bei einem anderen Podcastprojekt, nicht so viel Input oder Output viel eher bekommen habt, dann liegt es daran, dass eben gerade unfassbar viel Organisation für den Salon und für Leipzig auch im Hintergrund läuft. Also richtig viel. Ich habe Sonderaufträge. Ich habe zum Beispiel heute, das kann ich mal droppen, gestern habe ich eine Aufzeichnung gemacht, für den Werbeclip zu den Avengers. Voll geil, oder? Beim Disney Channel wird demnächst ein Werbeclip laufen, zu einer demnächst startenden Comicreihe der Avengers. Und einfach, weil ich so eine mega krasse Stimme habe, habe ich die quasi vertont. Und ich weiß gar nicht, ob man das jemals irgendwo außerhalb vom Disney Channel in dem Fall hören kann. Aber ihr kennt mich bestimmt wieder. So Zeug mache ich halt gerade. Und was ich auch mache übrigens, ist auf andere Festivals noch zu gehen. Ich war mit meiner Tochter wieder beim Yippie Comic Festival in Frankfurt. Es war wieder ganz toll. Ich habe viele schöne Lesungen mitgenommen in so einem Museum in der Innenstadt Frankfurts. Also das Yippie Kinder Comic Festival in Frankfurt ist wirklich immer wieder eine tolle Empfehlung einfach für alle Leute aus der Region, die Lust haben, ihren Kids vielleicht Comics ein bisschen näher zu bringen. Es macht unfassbar viel Spaß dort, vor allem den Lesungen letztlich. Um die geht es im Endeffekt, da beizuwohnen, sich das alles ganz genau anzuhören. Und da dann, ja, die ein oder andere, vor allem positive Überraschung mitzunehmen. Große Empfehlung fürs Yippie Kinder Comic Festival in Frankfurt. Ja Mensch, dann besprechen wir auch noch Comics, haben wir uns überlegt. Und wir besprechen heute bei der Cookies Code Authority auch was ganz Besonderes. Die Rede ist von Eine kleine Geschichte vom Ende des Universums von Hannes Klesse. Das Ding erscheint ganz bald, also auf jeden Fall nach dieser Aufzeichnung, offiziell übrigens erst, beim The Next Art Verlag. Und warum Patricks Name da drin steht, das muss er uns später auch nochmal ganz genau erzählen. Aber Patrick, du hast auch noch andere Comics zur heutigen Besprechung, zur heutigen Podcast Ausgabe vorbereitet. Und was ist es denn? Genau, also ich habe Batman, der Weiße Ritter, Generation Joker mitgebracht und Peacemaker. Ja, der Band heißt einfach Peacemaker. Da gehe ich später genauer drauf ein. Ich bin gespannt. Breedstorm, was gibt es bei dir? Ich habe das Zene Plop und zwar die Ausgabe 102 dabei und Walkthrough Hell 1 und 2. Fantastik. Bei mir geht es heute um Atan von den Kykladen, erscheint bei Reprodukt. Und um Mord Cinder, die Gesamtausgabe aktuell beim Avant Verlag erschienen. Und ich habe irgendwie Bock jetzt auf Superhelden. Patrick, fang doch mal an. Okay, mit welchen soll ich loslegen? Peacemaker, da habe ich nämlich diese Serie gesehen, die ich wirklich toll finde. Richtig? Der ist klasse. Das ist nicht toll. Auch das sieht, glaube ich, nicht jeder so. Aber ich finde, das ist so ein Ding, das kann man mal gucken, wenn man generell auf die Sea-Superhelden steht. Hat dieser Comic irgendwas mit dieser Serie zu tun? Der Comic macht auf jeden Fall sehr viele Anstalten, dass man da einen gewissen Wiedererkennungswert hat. Es ist schon allein, wenn man das Cover sieht, er mit der Bulldogge, er sieht schon extrem aus wie John Cena. Dann haben wir natürlich auch unsere, wie heißt es, unsere Chefin, die von Viola Davis gespielt wurde. Auch die ist hier, auch da ist eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden. Und ein paar Suicide Squad-Mitglieder. Amanda Waller. Amanda Waller, danke. Und auch ein paar Suicide Squad-Mitglieder wuseln da natürlich auch durch den Comic. Es wird hier groß mit Gav Ennis im Titel beworben. Gav Ennis hat eine Story beigesteuert. Die sind so circa 20, 30 Seiten höchstens. Und der Rest, diese anderen sieben Hefte, die sind von einem anderen Autoren namens Kyle Starks. Also ein Autor von Rick and Morty. Also wenn ihr das Ding wegen Gav Ennis kauft, könntet ihr leicht enttäuscht werden. Ansonsten ist hier schöner Wiedererkennungswert, sind die beiden Storys. Peace Milka Tries Hard und Peace Milka Disturbing the Peace. Also Disturbing the Peace, das ist natürlich von Gav Ennis. Das ist so eine richtig schöne Antikriegsgeschichte, die natürlich das Motto von Peacemaker Frieden um jeden Preis zeigt. Aber er ist hier wirklich ein abgefuckter, abgeranzter Typ, der wirklich Frieden um jeden Preis will. Und das zeigt er mit sehr eindringlichen, kranken Anekdoten aus seiner Vergangenheit. Also so typisch Gav Ennis, so ein abgebrühter Kriegs-Anti-Held. Für mich die stärkere Geschichte des Bandes. Und auch der Zeichenstil ist hier rauer. Also auch Zeichnungen von Gary Brown haben hier sowas Schrofferes. Danach wird's eben bunter. Und es geht darum, dass Peacemaker sich mit Bruce Wayne anfreundet. Und irgendwann wird Bruce Wayne entführt und er will ihn retten. Nur ist Bruce Wayne nicht Bruce Wayne, sondern Bruce Wayne ist diese Bulldogge vom Cover. Und deswegen macht er natürlich mal wieder alle bekloppt und versucht, die mithilfe von einem Cyborg-Gorilla. Und nein, es ist nicht der, den wir von The Flash kennen, sondern ein anderer. Und noch einem anderen Bienen-mäßigen Sidekick, das zu retten. Und es ist lustig, es hat einen gewissen Wiedererkennungswert. Also man erkennt Harley Quinn und ein paar andere Suicide-Quad-Mitglieder. Amanda Waller hat hier auch eine größere Rolle. Und man hat auch hier diese Masken, die wir auch aus der Serie kennen. Wir haben zum Beispiel eine Fickstrahlmaske. Und es gibt so eine Anspielung auf Watchmen, da wird dann diskutiert, ja, ach, ich mag die Tales of the Black-Writer-Verfilmung nicht. Oder man ist da erst mal skeptisch. Und dann gibt es so ein paar nette Wortwitze so von wegen, ja, ich habe früher Drogen schmuggelt, jetzt schmuggle ich seltene Panini-Bildchen. Oder es wird Kokain mit einem Giftfrosch verschnitten. Also wer diese Art Ideen mag und auch die Peacemaker-Serie mochte, der könnte da ein bisschen unterhalten werden. Ich hätte es mir ein bisschen abgedrehter gewünscht, aber es hat Spaß gemacht und vor allem ist es anstiegsfreundlich. Man muss da jetzt nicht elendig viel wissen. Man muss weder The Peacemaker gesehen haben, noch The Suicide Squad. Der Charakter erklärt sich irgendwie in seiner stumpfen, Redneck-artigen Art von selber. Und ja, es ist eben stumpfe Action. Wer das will und man nicht unnötig viel Vorwissen braucht, der ist da gut bedient. Also nochmal, das sind zwei so einzelne Geschichten. Die erste ist quasi so ein One-Shot von Garth Ennis. Garth Ennis, ja. Und der ist wahrscheinlich ganz geil und typisch Garth Ennis, oder? Der ist typisch Garth Ennis, ja. So eine raue, kleine Kriegsstory, beziehungsweise der Peacemaker erzählt so ein paar Storys aus seiner Jugend. Und das lief alles nicht ganz so gut. Und das kannst du jetzt nicht wirklich ganz so vereinbar mit dem, was du aus dem Peacemaker sehr kennst. Weil wir wissen ja, dass er von Robert Patricks Vater da großgezogen wurde. Dem widerspricht das. Also das ist wieder eine eigene Interpretation. Die zweite Story, das sind sechs Hefte. Und die nehmen natürlich den Löwenanteil an. Das ist von den Rick-and-Morty-Autoren. Und was ich mich bei Bruce Wayne, also bei der Bulldogge Bruce Wayne dann gefragt habe, wo ist Igli der Adler? Also wir mochten den in der Peacemaker-Serie. Irgendwie habe ich den da vermisst. Und würde der sich so gut mit Bruce Wayne verstehen? Also der Bulldogge. Mhm. Ähm. Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass die Figuo sau interessant ist. Und das, obwohl sie ja fernab von diesem, sagen wir mal, Film-Universum, ja leider so in den Comics so eigentlich keine relevante Rolle gespielt hat. Also die war ja auch in den... Ich überlege gerade, ob ich, als ich die Suicide Squad-Comics da von den New 52 gelesen habe, ob da der Peacemaker schon irgendeine relevante Rolle gespielt hat. Ich denke nämlich nicht. Und vor allem ist die Figur auch für mich erst vor allem durch die Serie letztlich so ausgefleischt geworden. Ja, auch allein die Frage der Fähigkeiten. Was unterscheidet ihn? Und da ist dieses eine konkrete Ding ja eben auch, dass die Masken scheinbar, dass er verschiedene Masken hat mit verschiedenen Fähigkeiten. Unter anderem auch diese Maske mit diesem Fixstrahl scheinbar. Das ist also auch so ein bisschen so, ne? Da kannst du halt dir immer eine neue spannende Maske überlegen, die gerade irgendwas kann und so. Das finde ich ja eigentlich ganz lustig. Das ist halt eine Figur, ich glaube, die darf man einfach nicht zu ernst nehmen. Ich würde zum Beispiel nie erwarten, dass das eine Figur ist, die in irgendeinem großen, ja, sagen wir mal, DC-übergreifenden Event jetzt eine tragende Rolle spielen würde. In den letzten Swamp Thing-Band, den ich gelesen habe, hatte der auch eine größere Rolle gespielt. Da war natürlich auch Amanda Waller im Hintergrund. Und die haben da beide das neue Swamp Thing so ein bisschen ausgetestet. Ich glaube, dass er unter James Gunn bestimmt noch ein bisschen mehr Popularität gewinnen wird. Aber ich stimme dir da wirklich zu, dass der Peacemaker durch diese Serie wirklich ein bisschen was an Substanz bekommen hat, weil davor war es im Prinzip Captain America als Arschloch. Gerade durch diesen Redemption-Arc, den er in der Serie durchlebt, ist er irgendwo so ein sympathischer Dummbatz, der irgendwo noch total rückständig ist, aber zufällig dann doch wieder den Guten hilft. Also auch da haben wir wieder so ein paar Sachen, dass er komplett überfordert ist mit normalen Einkäufen. Beim Krieg funktioniert er komplett. Aber sobald es irgendwie an Alltagssituationen geht, ist er komplett überfordert. Das zeigt ja auch, dass er auch privat in seiner Peacemaker-Uniform und seinem Klodeckelhelm, oder wie auch immer man es nennen will, stolz rumläuft. Also das ist seine Identität. Er ist der absolute Patriot. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass man auch so ein bisschen so eine John-Wick-Story erzählen wollte, weil ja, John-Wick wollte seinen Hund rächen. Er will seinen Hund retten. Wir kriegen dann auch noch ein paar nette Nebencharaktere, die ich nicht spoilern werde. Aber was sie da abfeuern, ist schon cool. Man hätte nur komplett auf 180 drehen können, aber es macht Spaß. Und auch diese Masken spielen da eine gewisse Rolle. Man sieht da auch mal wieder, wie viele Masken er überhaupt hat. Also eine Unterwassermaske, eine Ölfleckmaske, eine Bähn-Stimmenmaske. Es macht wieder Spaß vor allem, dass er so viele Masken entworfen hat, die wirklich nur eine Funktion haben. Wie wir es auch aus der Serie sind, zum Beispiel so eine Explosionsmaske oder so eine Laserstrahlmaske. Das finde ich halt herrlich, dieses Rohstumpfe. Krass auch, dass der das kann. Wird das in der Origin irgendwie geklärt, wie der lernt, Masken zu bauen? Nee. In der Origin, da ging es wirklich ein bisschen mehr um seine traumatische Kindheit und dass jemand auf ihn aufmerksam wird und er redet mit dieser Person und flößt dir so ein bisschen Respekt ein. Das ist im Prinzip da die grobe Handlung. Verstehe. Sehr gut. Also Origin braucht ihr auch hier gar keinen zu erwarten. Da guckte ihr The Suicide Squad und Peacemaker. Und Peacemaker kam eben zur richtigen Zeit. Da war James Gunn quasi gefeuert, hat dann The Suicide Squad gedreht und dann während der Pandemie noch die Peacemaker-Serie. Das ist ja das Geile an der Serie, dass er das in der Zeit seiner Liederlage, wo er nicht Guardians of the Galaxy 3 drehen konnte, das mal nebenbei gemacht hat. Und vorne steht auch wieder Black Label drauf. Das bedeutet so viel wie Leck mich am Arsch, ich kann es jetzt lesen, ohne dass ich irgendwie 30 Events vorher gelesen haben muss. Ich denke mal, das ist eine schöne Abendlektüre, oder? Ja, das ist eine schöne Abendlektüre und wer ein bisschen mehr abgedrehtes Zeug mit ihm sehen will oder die Zeit auf Staffel 2 überbrücken will, ist da gut bedient. Mega. Ja, also mal, Peacemaker ist eine Figur, die gibt es echt eigentlich schon ewig. Breedstorm, du kennst sie nicht zufällig ein bisschen länger und besser, oder? Nee, tatsächlich nicht. Aber bei bösen Captain America musste ich an den US Agent denken, als er frisch rauskam. Da war ja ein ähnliches Konzept dann, ne? Mhm. Ja. Aber ich werde mal nach diesem Creator-Ausschau halten, das hört sich auf jeden Fall interessant an. Und ich habe gerade gegoogelt, den gibt es schon seit 1966. Mhm. Krause auf Scheiß. Sehr gut. Ja, Mensch, danke für die Vorstellung, Patrick. Ja, gerne. Lieber Breedstorm, wie sieht es aus? Was möchtest du heute als erstes vorstellen? Ich werde als erstes das Zine-Plop vorstellen. Wir hatten ja immer viel Zine-Content von Andi Süd, der uns verlassen hat. Und da habe ich schon gedacht, okay, wie kann man diese Lücke füllen? Und dann hat mich auf Twitter neuerdings Ex angelächelt ein Inhalt von Bene, nämlich Bene Nick Franke, der die Herrschaft momentan über das Plop-Zine übernommen hat. Das Zine wurde ursprünglich gegründet 1981 und der aktuell das Ganze immer wieder auf den Markt bringt, ist der Benedikt Franke. Wie funktioniert das Ganze? Man schickt ihm per Überweisung sieben Euro und ein paar Tage später hat man einen kleinen Umschlag mit einem sehr gut gefüllten Zine in der Hand, wo innen drin nochmal zusätzliche, ganz, ganz kleine Zines, solche Faltsachen, wie man das so kennt von diversen Conventions und so weiter, waren noch drei zusätzliche dabei. Und ja, das Zine ist in dem Sinne eine Anthologie. Wir hatten ja öfters mal VOA-Comics vorgestellt. In diese Richtung geht das Ganze auch. Ist halt kleinformatig, aber mit deutlich mehr Seiten. Mal schwarz-weiß, mal bunt, je nachdem, wie derjenige, der das zugeliefert hat, das Ganze gemacht hat. Und natürlich ist es auch immer so, ein paar Sachen gefallen einem besser, ein paar gefallen einem schlechter. Hier sind ganz, ganz viele deutsche und auch internationale Leute drin. Also man kann natürlich Hagi kennen, von dem ist eine Zeichnung drin, Joe 84 ist drin, wir haben Andreas Alt drin, Peter Schaaf, Jonas von Krumko. Also da ist schon vieles hier geboten und auf richtig, also über 100 Seiten sind es, glaube ich. Und ja, also ist für jeden was dabei, aber nicht alles finde ich natürlich für mich selber interessant. Da sind schon die persönlichen Präferenzen unterschiedlich. Ich mache zum Beispiel die Robin Hood Geschichte von Andreas Alt sehr gerne, die hat mir sehr gut gefallen, aber auch so Sachen, die mich inhaltlich irgendwie sehr berührt haben, ist zum Beispiel von Gwendoline Altenhöfer, eine Geschichte namens Brustpanzer, wo sie so ein bisschen verarbeitet, ja, ihre Pubertät, dass sie am Anfang ja, sehr kleine Brüste hatte und da verspottet wurde und wie sie dann damit umgegangen ist, also es war schon sehr interessant zu sehen, wie sie sich diesem Thema angenähert hat und optisch muss ich sagen, ist hier von jemandem, der sich Blueprint nennt, eine Story mit anthropomorphen Tieren drin, leider der zweite Teil, also da sind noch ein paar Fortsetzungssachen drin und zwar nennt sich das ganze Feed the Beast, Chapter 2 in Pain ist hier abgedruckt, in der Ausgabe davor war das erste Kapitel, das sah richtig, richtig gut aus, natürlich so, wenn man so die Tiergesichter sieht, denkt man natürlich automatisch an Disney, aber es ist natürlich deutlich brutaler, was hier abgefeiert wird und das ist einfach eine sehr schöne, launige Mischung, die man sehr, sehr einfach bekommen kann, man schickt dem, man schickt dem Bene eine Mail an, Moment, wo haben wir es? plopp-fernsehen at gmx.de Genau, und dann schickt er seine Bankdaten und einfach dann sieben Euro überweisen und zack, hat man das Ding im Briefkasten, weil das ist nämlich, was für mich immer so ein Hindernisgrund war, der Andi geht da auf irgendwelche Veranstaltungen, wo es das gibt, wo die Leute das selber mitbringen, aber da komme ich so jetzt nicht so spontan vorbei und für mich ist das einfach eine geile Art und weil sie jetzt wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Künstler in einem Heft zu haben und die auch mega einfach zu bekommen, also vielen Dank für den Service da, finde ich richtig gut und ich glaube, der Patrick hat es auch gelesen. Ich habe es auch gelesen, ich bin da zufällig drangekommen, weil der Andreas Alt, der war beim Comic-Standtisch in Frankfurt, der hat dann einen Artikel über den Gordon geschrieben, deswegen hatte der da ein paar Exemplare dabei. Da habe ich mir auch eins gegönnt, habe mit ihm auch über seinen Comic Daphne Astart so ein bisschen geredet. Ich fand es auch eine schöne Mischung, mich hat auch bei weitem nicht alles angesprochen, aber an sich war das ein schönes, kleines Independent-Comic-Magazin und auch die Robin Hood Story hat mir da ziemlich gut gefallen. es ist wirklich mal was, wenn man mal so ein bisschen in den Comic-Independent-Bereich schauen will und jetzt mal nicht auf eine Messe gehen kann. Da ist das ein guter Abriss. Ja, wo du es ansprichst, sind natürlich auch sehr viele Rezensionen von anderen Zines drin, also da kann man quasi dann schon die nächsten Ausgaben, was einen interessiert, könnte schon so ein bisschen rausfinden. Für mich war es im ersten Moment ein bisschen zu viel dann letztendlich, weil ich mich in dem Bereich einfach zu wenig auskenne, um da wirklich das wertschätzen zu können, jetzt die Rezensionen von anderen Zinen, was ich noch nie gehört habe. Sehr interessant fand ich natürlich wie immer die Leserbriefe, gibt es auch eine Ecke, also es ist nicht nur Comic-Content auf den über 100 Seiten, sondern auch ja, redaktionelle Sachen ist da halt auch dran. Finde ich gut. Es sieht wahnsinnig spannend aus, das ist also die Ausgabe 102, die ihr gelesen habt, wie es aussieht. Man muss sich auch mal überlegen, für sieben Euro schreibst du deine E-Mail und diese Person, der Benedikt, schickt dir das Ding dann zu. Das ist also A, nichts, was er im großen Stil machen wird, vermute ich mal, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es eine riesengroße Auflage ist, sonst könnte er das ja gar nicht so stemmen und damit ergibt sich auch zweitens, dass er davon, also Leben nicht kann. Vielleicht hat er dann Gewerbe angemeldet, also vermutlich und macht dann damit hoffentlich ein paar Euro oder zumindest plus minus null, aber das ist schon auf jeden Fall ein Herzensprojekt und das kann man sagen, ohne, dass ich mit dem Benedikt auch nur ein Wort gewechselt hätte, das ist schon großartig, dass es Menschen gibt, die sowas machen. Wie ist denn eigentlich, also Größe ist so, was ist das, A5 steht? Die A5, ja. Und so Verarbeitung und so, das passt, ja? Ja, das ist alles gutes Papier, bisschen fester der Einband, also kann man nichts sagen, das ist wunderschön und auch, dass er andere Zenes, kleinere so dabei legt, also da wäre ich jetzt nicht die Zielgruppe, die jetzt auf einer Messe sagt, okay, ich kaufe mir jetzt so einen gefalteten Zettel, wäre ich jetzt nicht, aber zum mal reingucken und sich inspirieren lassen, mal gucken, ja, von wem ist das jetzt eigentlich, was hat er sonst noch so gemacht, wenn einem das gefallen hat, ist das richtig gut. Fantastisch. Ja, auch vielen Dank fürs Vorstellen dieses Magazins. Ich möchte heute sprechen unter anderem über Attern von den Kykladen und genau genommen hätte es auch ein ganz anderer Comic werden können, denn ich habe jetzt hier in Vorbereitung für die Leipziger Buchmesse so einiges schon gelesen und es kommt auch noch einiges auf mich zu. Ich habe euch, liebes Publikum, sowohl in unserer Telegram als auch in unserer Signalgruppe, gefragt, was ich heute denn so alles vorstellen soll und neben Attern von den Kykladen von Judith Vanisten, weil die ich in Leipzig interviewen werde, hatte ich auch Der Bärbeiß zur Wahl gestellt. Das ist ein aktueller Kindercomic beim Kiebitz Verlag, den man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte, denn er ist wieder von Josephine Mark, die hat ja mit Trip Trip und Tropf, glaube ich, hat die da mega schon den Erfolg gehabt und ich kann mir vorstellen, dass auch der Bärbeiß eins von diesen Kindercomics wird oder ein Nähr von diesen Kindercomics wird, den man so in der Zeit mal auf dem Schirm haben sollte. Trotzdem habt ihr abgestimmt und ihr habt euch entschieden für einen tendenziell eher Geschichtskomic, der erscheint bei Reprodukt und erscheint auch gleichzeitig in der Louvre-Edition oder so. Es gibt nämlich tatsächlich eine gewisse Menge an Comics, die quasi vom Louvre herausgegeben werden oder in Zusammenarbeit mit dem Louvre entstanden sind. Davon sind in Deutschland auch schon verschiedene erschienen. Ganz genau weiß ich jetzt nicht, welche das alles sind, ist auch völlig egal. Fakt ist, dass das hier ein Comic ist, der laut Aussage der Website hier von Reprodukt entstanden ist, weil die Künstlerin eine kleine Kykladen-Statue im Pariser Louvre quasi gesehen hat und hat sich dann inspirieren lassen für diesen Comic. Falls ich heute ein bisschen durch den Wind bin, mir kratzt ständig der Hals. Ich bin bemüht, hier nicht so oft ins Mikro zu fusten, liebes Publikum. Also, bitte verzeiht mir, falls das nicht alles perfekt klingt heute. Nun gut, toller Comic. Ich hab ihn gelesen in digital. Vielen Dank wieder mal an Reprodukt, die mir diesen Comic vorab zur Verfügung gestellt haben. Ja, und auf den ungefähr 128 Seiten, die ich habe, die Fabrik daherkommen als Hardcover, erscheint übrigens im März 2024. Da erleben wir mit, wie der Atan, das ist ein ganz junger Mann, wie der von zu Hause auszieht und sich quasi an die Berufsausbildung macht. Er will scheinbar in irgendeiner Form kleine Statuen machen. Er hat das zu Hause schon immer getan, hat zu Hause dann mit Lehm gearbeitet und dann geht er, wenn man so will, auf Lehrlingsreise, keine Ahnung, fünf Inseln weiter oder so, ist halt Griechenland scheinbar, ist das eine sehr insellastige Gegend und dort wird er halt jetzt derjenige, der aus Steinen kleine, aber feine Figürchen macht. Wir kriegen immer mal gezeigt, wie er das macht, wie andere das finden, was er so lernt, wie er die bemalt, wie er die repariert, wie er Steine sammelt, wie er große Steine sammelt, am Ende gibt es eine Party und der Comic ist vorbei. Das ist also handlungsmäßig jetzt nicht so ein richtig krasser Storybogen mit einer krassen, wenn man so will, spannenden Handlung, aber das muss er auch gar nicht sein. Ich gehe davon aus, dass die Künstlerin, die ich ja in Leipzig erst treffen werde, schlicht vor hatte, sich selbst mal ein Stück weit mit diesem Handwerk, diesem Kükladen, Startuhren machen Handwerk zu beschäftigen. Das ist irgendwie auch ganz cool. Also ich habe das jetzt gelesen, das geht auch ratzfatz weg, das sind also 128 Seiten, das ist sehr kurzweilig und ich habe jetzt zum Beispiel gelernt, was man eigentlich macht, wenn so eine Statue kaputt geht. Ja, das müsst ihr euch vorstellen, das sind eher lange, dünne Statuen, von Frauengestalten, die werden in Rot und Blau angemalt und manchmal brechen die halt, weil die sind halt lang und dünn. Und was machst du jetzt, wenn die jetzt bricht, also zum Beispiel in Höhe der Knie? Dann machst du Löcher rein, quasi oberhalb der Knie und unterhalb der Knie, kleine dünne Löcher, dann nimmst du dünne Lederriemen, machst diese Lederriemen ganz besonders feucht und nass und dann ziehst du die durch die jeweiligen Löcher halt durch, verknotest sie eng und lässt das Ganze trocknen und dieses dann trocknendere Leder wird halt kleiner, zieht sich zusammen und zieht damit diese Figur wieder bombenfest zusammen. Das habe ich jetzt gelernt und ich sage mal so, im Peacemaker Comic stand das bestimmt nicht drin. Ob das jetzt was ist, was euch besser unterhalten würde oder nicht, das müsst ihr schon selber entscheiden. Wir haben hier einen ganz guten Einblick darauf, was es so für Werkzeuge gab, wie die Klamotten aussahen, wie man so ein bisschen miteinander interagiert hat. Vermutlich, da ist sicherlich auch eine gesunde Portion Fiktion mit drin in diesem Comic. Aber nichtsdestotrotz war das kurzweilig und hat Spaß gemacht. Es sieht auch irgendwie ganz cool aus. Es hat eine reduzierte Farbpalette, aber sie deckt alles ab, was man braucht. Von Wasser über Wand, bisschen zu rot und blau vor allem. Weiße Steine und so ist irgendwie cool. Generell mag ich das, wenn sie gelegentlich mal so Landschaften reinpackt, von diesen kleinen Städtchen am Meer. Das ist schon echt hübsch irgendwie. Und ich habe mir diese Geschichte gern durchgelesen. Ich habe tatsächlich was gelernt. Ich denke, das wird auch der Anspruch sein von dieser Edition Louvre. Und ich kann das insofern empfehlen, wenn ihr einen Vortrag in Geschichte halten müsst über Griechenland und vielleicht mal ein sehr explizites ganz besonderes Thema präsentieren wollt, das sonst garantiert noch nicht in eurem Geschichtsunterricht eine Rolle gespielt hat, dann ist es auf jeden Fall auch eine Empfehlung. 22 Euro, ich weiß nicht genau, 17 mal 22,7 Zentimeter, wie groß das ist, das wird wohl, ist das ungefähr A4, wisst ihr das? Ich weiß es nicht. Ich denke, das ist diese typische Reprodukt Algengröße, so würde ich das einordnen. Kurzum macht Spaß, tut nicht weh, kann man gelesen haben und ich hätte jetzt tatsächlich, wenn die alle, und das ist ja wie gesagt kein Entertainment Kracher, wenn die alle halbwegs diesen Standard haben, würde ich mir da, glaube ich, sehr gern noch ein paar weitere Sachen von anschauen wollen. Lieber Breedstorm, eine Geschichte zu lesen, bei der es jetzt nicht unbedingt darum geht, eine spannende Story zu erleben, sondern vielleicht wirklich so ein bisschen was zu lernen auch, so wie das sehr vereinzelt auch bei Geschichtskomics haben, die du manchmal vorstellst, wäre das was, wo du, was du dir anschauen würdest, oder ist es auch thematisch so weit weg von allem, was interessiert, dass es nichts für dich ist? Ja, das wäre was Schönes, was mal in der Bücherei stehen könnte, aber kaufen würde ich es mir vermutlich nicht, ich habe jetzt das Ganze nochmal ein bisschen nachgeschaut auf der Homepage von Reprodukt, ist ja sogar co-founded by the Creative Europe Program of the European Union, also Reprodukt hat ja ganz viele Sachen, die in irgendeiner Art und Weise von irgendwem gefördert werden, auch was weiß ich so, in Verbindung mit Frankreich ist das meistens und also ich finde halt auf 22 Euro 128 Seiten muss man auch wollen dann halt, also dafür hätte ich mir dann ein bisschen mehr Story dann oder sowas auch gewünscht, wenn du sagst, das ist jetzt so ein im Prinzip Walking Simulator durch das alte Griechenland, weiß ich nicht, aber ich müsste vielleicht einfach mal demnächst mehr reinblättern. Ja, ich glaube, dass es tatsächlich, wenn es wirklich um rein die Wissensvermittlung geht, also so ein bisschen halt dieser einen anonymen Figur im Louvre, der ein bisschen mehr Hintergrund zu geben und dann eine Geschichte drumrum zu erzählen und letztlich einfach mehr zu machen, als sich halt keine Ahnung irgendwie in A4-Seite Inhalt durchzulesen, dann ist das hier schon ein ganz cooler Weg, aber eben keine spannende Comic-Lektüre. Patrick, würdest du mal reinschauen, würdest du sie vielleicht sogar kaufen, findest du es zu teuer? Wie geschichtsinteressiert bist du eigentlich? Es kommt drauf an, das sieht nach einem entspannten Comic aus, würde ich die zeichnende Person dahinter auf einer Comic-Messe sehen, würde ich da wahrscheinlicher das Geld investieren, so würde ich das auch eher in der Bücherei ausleihen, weil es sieht entspannt aus, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, das muss ich jetzt unbedingt lesen. Da bin ich bei Reprodukt meistens mit dem netten Herrn Trondheim im Dauer-Abo. Ja, diese Louvre-Reihe erscheint übrigens in Frankreich bei Futurpolis, das noch zu der Vollständigkeit halber auf jeden Fall mal erzählt, wenn ich hier so drüberfliege über alles, die haben halt wirklich noch viele andere Sachen gemacht, es gibt noch irgendwie auch bei Reprodukt so einen, ich glaube Wächter des Louvre oder so, das ist auch aus dieser Reihe, ja, in aller anderen Cover kann ich jetzt auf die Schnelle nicht zuordnen, da ist das so ein Rabbit Hole, in dem ihr euch gern selbst verlieren dürft, liebes Publikum. Ja Patrick, dann sind wir soweit, dein zweiter Comic für heute. Ja, also der zweite Comic ist auch mal wieder ein Black-Label-Titel und wer hier so ein paar Folgen gehört hat, weiß, dass ich Batman der Weiße Ritter Reihe sehr mag, deswegen bin ich da jetzt nicht drum rum gekommen. Die Sache ist eben die, wenn man auf das Rückcover guckt, dann heißt das Ding auf Englisch Batman White Night Present Generation Joker 1 bis 6. Es ist ein Spin-Off zu der Weißen Ritter Saga, das auch noch in der Zukunft spielt und auch schon Murphy ist jetzt nicht ganz so prägend hier in dieser Story, weil wir haben hier auch einen anderen Zeichner, der einen Anime-Stil beziehungsweise einen Manga-Stil eher einpflegt. Das ist Mirka Adolfo, von dem die Zeichnungen, die sind ein bisschen actionlastiger, die sind ein bisschen bunter. Es sieht deutlich manga-lastiger aus und Harley Quinn sieht in dem Comic auch eher aus wie Spider-Gwen. Es könnte ein bisschen befremdlich sein, auch der düstere Grundton der Reihe ist ein bisschen aufgelockert, ist auch deutlich actionlastiger. Aber worum geht es eigentlich? Wie schon erwähnt, es spielt in der Zukunft, der Joker ist tot und die Kinder von Harley Quinn, Bryce und Jacqueline schnappen sich das Bettmobil und fliehen und dabei haben sie eine KI vom Joker mit sich, also Joker ist tot und eben schon erlernt dadurch, dass es die Kinder vom Joker sind, weil sie jetzt Flüge sind und unterwegs sind, mit einigen Erzfeinden vom Joker konfrontiert und geraten da in ziemlich viele Schwierigkeiten. Nebenbei ist natürlich Bruce Wayne verschollen, also Batman und deswegen muss Harley Quinn jetzt alleine gucken, wie sie ihre Kinder da in Sicherheit bringt oder was sie da noch retten kann. Das ist so im Groben die Handlung. Und kleine Anmerkung dazu, das wird nicht der letzte Band bleiben, es gibt einen Cliffhanger, also die Story fühlt sich hier auch nicht komplett abgeschlossen an. Wie gut dockt das denn an diese White Knight Geschichten an? Das ist ja schon irgendwie so ein bisschen bei mir jetzt das Gefühl, als hätten die ersten zwei, drei, vier Bänder halt mega den Erfolg gehabt und jetzt schiebt man halt so lange was nach, bis die Verkaufszahlen vorbei sind. und ich muss jetzt schon sagen, so Jokers Kinder und weiß ich nicht, also das klingt jetzt schon so wie was, was ich echt nicht unbedingt gelesen haben muss. Wie addictive ist das denn im Vergleich jetzt zu diesen anderen Ausgaben von White Knight, die ich ja wirklich richtig toll fand. Ich glaube, die ersten zwei gelesen, glaube ich. dann habe ich hier noch von dir stehen und ewig ungelesen dieses Harley Ding und ich bin auch gespoilert, wo ungefähr Jokers Kinder herkommen. Ja. Da bin ich gespoilt. Jokers Kinder her? Von den Bienen und Blumen natürlich. Genau. Ja, also ich meine, wir entstehen halt Kinder von einem Typen, der tot ist und es ist nicht künstliche Befruchtung. So, aber egal, also das klingt wirklich wie extrem nachgeschoben und damit auch irgendwie so ein bisschen blöd. Ist das so oder ist das schon eine geile Story, die jetzt das Universum echt noch sinnvoll erweitert? Es hat mir Spaß gemacht, es hat so ein paar nette Batman of the Future Vibes mich schon ein bisschen habe anklingen lassen, mir ist es fast schon eine Spur zu überdreht. Ich will jetzt nicht spoilern, wir sehen so ein paar der Batman Bösewichte natürlich mal wieder in ihrer Zukunftsversion und gerade bei einer Person, die ich hier jetzt nicht nennen will, ist mir das so ein bisschen aufgestoßen beziehungsweise da musste ich schon fast laut loslachen. Also irgendwie hat sich das für mich mit dem ernsten Ton der Reihe gebissen. Ich hatte trotzdem mal einen Spaß, ich werde vielleicht noch dem zweiten Band eine Chance geben, um zu gucken, okay, wo wollt ihr denn jetzt hinsteuern? Das hat sich im Prinzip angefühlt wie so ein Vorwort zu etwas. Mal sehen, wie es losgeht, wenn es denn losgeht. Mich hat auch eben so ein bisschen dieser Mangaton gesteuert, also du hast hier wirklich extrem viel buntes, extrem viele posierende Leute und es gibt natürlich wiederkehrende Charaktere, äh, Charakterkarnationen aus der Batman What Night Reihe, also der Wiedererkennungswert ist gegeben. Nur hätte ich nach dem letzten guten Band lieber eine Fortsetzung zu der normalen White Night Reihe gesehen und fragt mich, wieso musste man das jetzt in die Zukunft verlagern? Spoilert das jetzt vielleicht nicht unnötig, was, was passiert? Weil gerade der letzte Band hatte so ein schönes Ende, wollte man damit zeigen. Ja, die haben jetzt noch eine Zeit lang ihr Happy End gehabt. wird man das jetzt damit torpedieren? Das habe ich mich dann immer wieder gefragt, vor allem weil so abwesender White Night, das fand ich auch ein bisschen komisch, also ein paar Charaktere verhalten sich da auch ein bisschen komisch, aber an sich hat es Spaß gemacht, nur ob ich da am Ball bleiben werde, das mache ich jetzt vom nächsten Band abhängig. Ja, klingt als gäbe es erste Ermüdungserscheinungen. Readsom, du hattest ja, glaube ich, auch die die ersten beiden, ja. Okay, dann haben wir ungefähr denselben Sachstand, aber lass mich raten, du hast auch überhaupt gar keinen scheiß Bock auf Jokas Kinder, oder? Nee, also für mich war das eigentlich der erste der beste und ich habe Angst, dass es, je mehr ich davon lese, dass es noch mehr verwässert. Ja, weil es eigentlich so schön ist, wenn sie auch mal alleine stehen können und so. Es ist schade, dass ich wirklich dieses Gefühl habe, es wird so ausgeschlachtet. Naja, aber ich gönne jedem, der damit einen Euro oder einen Dollar verdient hat, auch die Einnahme ist schon okay, wenn es läuft. Es macht Spaß und ihr könnt uns ja auch schreiben, wie steht ihr zu diesen Spin-Off, weil es ist ja nicht das erste Spin-Off, man hat auch in der Hauptreihe immer wieder mal Spin-Offs eingestreut, zum Beispiel über die neue Origin von Mr. Freeze oder andere Storys über andere Charaktere, dass einer der Bände war ja auch ein Harley-Queen Spin-Off. Deswegen sage ich, ich gebe denen noch eine Chance, den zweiten Band und dann springe ich entweder ab oder verfolgsweiterweise dann nochmal die Kurve gekriegt haben. Abwarten. Abwarten werde ich jetzt auch. Ich werde mir jetzt ganz gemütlich meinen Fenchel-Tee in den Kopf kippen. Da habe ich hier meine Superman-Tasse gekippt. Tiefsten Herzen mag ich die sie nämlich eigentlich und höre jetzt die Breedstorm dabei zu, wie er uns seinen zweiten Comic für heute vorstellt. Ja, die zweiten Comics ist A Walk Through Hell 1 und 2 aus dem Hause Crosscult. Ihr wisst ja, ich mag Garth Ennis eigentlich sehr und die meisten Werke davon finden früher oder später Einzug in meine Sammlung. Das hier ist tatsächlich erst später in meine Sammlung gekommen. Das ist nämlich der erste Band von 2019. Es geht um ein Agentenpaar, die ja, also Partner, die plötzlich zu einem verlassenen Lagerhaus gerufen werden, wo sich merkwürdige Dinge abspielen. Wir sehen, dass sich andere Agenten direkt vor dem Lagerhaus erschießen und alles ist sehr, sehr düster. Auch auf dem Cover sieht man, wie ein Agent in diesem Lagerhaus sitzt und sich die Knarre an den Kopf hält und das ist auch die ganze Stimmung, die diese beiden Bände transportieren. Also es ist alles schon sehr düster, schwarz und aussichtslos in diesem Band. Wir erfahren sukzessive immer mehr aus dem Leben dieser zwei Agenten, zum Beispiel, dass die Agentin einen Burnout hat. Wir erfahren, dass der andere Agent ist zum Beispiel homosexuell und hat damit verschiedene Probleme und wir erfahren auch so ein bisschen um das Drumherum aus der Behörde, für die diese Agenten da arbeiten, über die bösartige Chefin, über Kollegen, die nicht alle sehr nett sind und wir erfahren auch so ein bisschen was aus der Vergangenheit, nämlich haben die beiden schon mal einen Kindermörder gejagt und genauso wie ich es jetzt erzähle, so ist es auch den ganzen Band über, also es ist episodenhaft erzählt und es springt sehr 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 in der Zeit und auch von den Personen zu anderen Personen und das ist was, ich weiß nicht, ob ich zu alt dafür werde oder wie auch immer, das hat mich komplett verwirrt, also vielleicht bin ich in einem Alter, wo ich eine einfache geradlinige Geschichte einfach zu schätzen weiß und nicht mehr dauernd hinspringen möchte, zumal ich für diese Agentengeschichten mit ihrem Partner und dann dies und das und da noch was Böses auch nicht so richtig das Fable habe und ich hatte jetzt eigentlich ja A Walk Through Hell hatte ich tatsächlich dann auch richtig Hölle Hölle erwartet, aber es wird vieles in dem Band eigentlich auch nur angedeutet und vieles muss man sich auch denken und ich habe mich schon mit Patrick darüber unterhalten, auch er ist da nicht so richtig schlau draus geworden, weil ich dachte, ja, vielleicht habe ich einen schlechten Tag erwischt, das gibt es ja auch manchmal, dass man Sachen vielleicht nochmal lesen muss oder neu beginnen muss, wenn man einen besseren Tag hat und dann kann man das ganz anders aufnehmen, als wenn der Kopf vielleicht schon voll genug mit vielen anderen Dingen ist, aber das war hier nicht der Fall, was mir natürlich sehr gut gefallen hat, sind die Zeichnungen von Goran Suzuka, da gibt es natürlich nie was zu meckern eigentlich, muss ich sagen, aber die Handlung hier hat mich doch des öfteren verwirrt zurückgelassen, sag mal deinen Eindruck, Patrick. Ja, ich habe irgendwie mit diesen altraumartigen Sequenzen weniger Probleme, wenn ich da interaktiv bin in dem Game, weil wenn ich das im Comicformat sehe, dann bin ich da relativ verwirrt und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was wollt ihr mir erzählen, vor allem, dass ich am Ende vom zweiten Band genauso schlau bin, wie beim ersten, das hat mich enttäuscht, da war es echt sehr, sehr viel Style over Substance, weil mehr als diese Albtraumsequenzen, diese unangenehmen Albtraumsequenzen hat das Ganze leider irgendwie nichts zu bieten. Hätte man da auch irgendwie so einen emotionalen Impact gehabt bei den beiden Agenten, dann wäre ich da wahrscheinlich versöhnlicher rausgegangen. So muss ich sagen, ich mag Goran Suzuka bei While the Last Man, bei Hellblazer und Garth Ennis ist ja auch ein Autor, den ich sehr, sehr gerne lese. Also hätte das wirklich eine extrem geile Kombo werden können. So ist es wirklich optisch geil, aber inhaltlich gibt es nicht viel. Das ist auch so ein Band, ich habe da noch mal reingelesen, nachdem ich mit dir geschrieben habe, um zu gucken, hat sich da irgendwas geändert? Nö, diesmal habe ich sogar nicht mal ganz gepackt, weil ich wusste, es läuft auf irgendwie nichts hinaus und das finde ich wirklich schade. Also wenn ihr schon Mindfuck kick seid, dann gebt mir zumindest irgendwo so ein bisschen Substanz dabei. Ja, Mindfuck war sehr oft halt optisch richtig gut gelungen, da sind wirklich ein paar nette Splatter, Passagen dabei, auch zusammengenähte Körperteile, was auch immer, wo man nicht weiß, hat das jetzt jemand präpariert, ist das nur in deren Kopf, hat es was mit Drogen zu tun, ist das jetzt wirklich eine Art Vorhölle, wo man einfach schlimme Dinge wieder und wieder durchlebt, was ist das Ganze und ich, wie gesagt, ich kann jetzt kein finales Fazit dazu ziehen, weil ich es glaube ich immer noch nicht richtig gecheckt habe. Jungs, wir hätten hier auf jeden Fall auch eine Cookies Court Authority machen können, denn ich habe das Ding auch gelesen, zumindest den ersten Band und es ist schon einige Jahre her, als er damals erschienen ist, hatte ich nämlich die große Freude, den Goran zu interviewen beim Comic Festival in München und in Vorbereitung dessen habe ich mir halt das Ding geschnappt und naja, ein bisschen drin rum gelesen und das kann mich null an die Inhalte erinnern, also überhaupt gar nicht, ich glaube es war relativ brutal, glaube ich, das war es dann auch schon und das ist glaube ich so ein richtiges Produkt, also ich sage es mal, aus dem Interview wurde relativ schnell klar, dass sich Garth und Goran zur Zeit der Erstellung nie persönlich getroffen haben, die haben sich irgendwann mal keine Ahnung, vielleicht gab es ein Zoom-Call oder vergleichbares und haben sie telefoniert, aber Goran wohnt halt, wo wohnt der Goran hier, also auch wenn er ständig in Deutschland ist, aber der ist ja Kroate, glaube ich, gell, das heißt der wohnt in Kroatien und der Garth halt eben nicht, ist halt ein Ami, das heißt, das ist so, irre sogar? irre ist der, Tosch ist ein Ihre. Na dann ist er ein Ihre. Die haben sich aber nie getroffen während der Erstellung, die haben sich also alles hier so über Ferndiagnose hin und her geschoben und haben dann diesen Comic gemacht und auch so bei der Frage, lieber Goran, wie weit warst du eigentlich bei der kreativen Erstellung und so mit beteiligt? Er sagt er halt gar nicht, der kriegt halt das Skript, da steht drin, was auf der Seite zu sein hat und dann zeichnet er das, routiniert, davon lebt er ja auch, das wäre sein Job und dann habe ich ihn gefragt, wie so seine Beziehung zu Garth ist, da hat er irgendwas erzählt im Sinne von, ja, professionell gut. Also das sind jetzt auch keine Freunde oder so, ist ja auch okay, man muss ja auch keinen Freund, also muss ja nicht immer befreundet sein, aber das wirkt halt damit unterm Strich für mich jetzt halt wie so ein Produkt, das Menschen machen, weil sie Geld verdienen müssen und wollen, dann hängt man das Ganze halt in irgendeinem coolen Ding auf, meinetwegen, Stichwort Vorhölle, dann macht man es noch cool brutal, ja und dann kommt am Ende halt sowas raus mit zwei Titeln, bei dem jetzt schon mal zwei Leute hier in der Runde nicht genau wissen, was sie eigentlich davon halten sollen, wie das jetzt zu interpretieren ist oder so. Das heißt, es wirkt verhältnismäßig, keine Ahnung, bedeutungsschwanger, ist es aber vielleicht gar nicht, weil es eben besagten Hintergrund mit Komplexität und so gar nicht richtig gibt, weil diese Melange aus Artwork und Story und Text halt dann eben auch vielleicht auch von Anfang an gar nicht so konzipiert war. Und das ist schade. Es ist ein bisschen auch Ferndiagnose, ich habe den zweiten nicht gelesen, Patrick, kannst du gerne ergänzen, ja? Ich habe da sogar noch fast den treffenderen Vergleich. Ihr kennt doch diese albtraumartigen Sequenzen von David Lynch. Auch da bin ich absolut fein mit, aber da habe ich irgendwie das Gefühl, dass er da schon ein Konzept dahinter hat. Er erklärt es uns noch nicht, er dröselt es nicht auf, um uns weiter rätseln zu lassen. Da wird mir nichts an die Hand gegeben, wo ich dann miträtseln könnte. Man hat diese albtraumhafte Vision, einfach nur der albtraumhaften Vision willen. Das ist ein bisschen dünn leider. Ja. Ich möchte hier an dieser Stelle noch ergänzen, Gav Ennis sind natürlich Nordire. Danke. Er hat diesen Konflikt, den Nordirland-Konflikt ja in dem einen oder anderen Comic schon mit aufgenommen und ja, in dem Sinn ist er eigentlich Brite. Ja. Danke. Sehr schön. Jo. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, zu A Walk Through Hell wäre irgendwie alles gesagt und so ist es. Haut uns eure Interpretation von A Walk Through Hell raus in der Telegram-Gruppe, in der Signal-Gruppe. Ich bin gespannt. Ich will das Ding mal erklärt bekommen. Und ich habe jetzt das große Vergnügen über etwas zu sprechen, was eigentlich in diese Kategorie gehört. Klassiker, die ich schon immer mal habe lesen wollen, aber es passt nur so halb. Denn das liegt daran, dass der Band Maut Cinder, das jetzt hier als Gesamtausgabe beim Avant Verlag für 40 Euro erschienen, Autor ist Hector Germann-Österheld und Zeichner Alberto Bledger, dass diese Reihe, die in auch einem Magazin erschienen ist von einer halben Ewigkeit in Argentinien in dem Fall, das Ganze kommt übrigens auch gefördert durch so einen Übersetzerpreis, argentinisches Programm zur Förderung von Übersetzungen namens SUA, ist das hier also eine erstmalige Gesamtausgabe von Maut Cinder, die wir so in der Form noch nirgends vorher bekommen haben und ich werde im Laufe dieses Gesprächs auf jeden Fall noch darauf zu sprechen kommen, wie das ursprüngliche Magazin hieß, aber ist ja auch völlig zweitrangig. Wir haben jetzt diese Gesamtausgabe Maut Cinder und die ist nämlich genau genommen noch nie vollständig hier in Deutschland erschienen, weshalb es deutschlandweit gesehen gar kein Klassiker sein kann. Es gab wohl in den 90ern schon zwei Bände von Carlsen, aber auch die waren nicht vollständig und jetzt haben wir hier endlich dank des Avant Verlages diese Gesamtausgabe vor uns und die hat sich Maut Cinder halt eben komplett geschnappt, hat teilweise auch nochmal neue Scans der Original Artworks gemacht und präsentiert jetzt hier diese tolle Gesamtausgabe. Dadurch, dass sie in diesem Magazin erschienen ist, ist das Ganze teilweise auch vom Layout her zum Beispiel auch waagerecht. Also wir haben hier quasi kein hochformatiges Bild oder Buch, sondern teilweise müssen wir das Buch um 90 Grad drehen, um hier dieses fantastische Artwork in seiner Gänze genießen zu können. Was ist hier eigentlich los? Wir erleben quasi die Geschichten von einem Ezra und dem namensgebenden Maut Cinder. Vorne drauf auf unserer Gesamtausgabe ist auch der Ezra und Ezra, der ist tätig in einer ja wo ist der eigentlich tätig? Das ist so ein Antiquitätenladen. Ja. Der kann dort, du hast ja auch gelesen Pettig, stimmt. Der kennt sich mit altem Kram aus und diesen Kram Ezra Winston heißt er, den ähm damit kennt er sich ja gut aus. In einer Art möchte man fast sagen Horror-Trip, den er sich irgendwie weiß nicht, ob er sich einbildet oder wirklich ein großer Fluch auf diesem einen besonderen Gegenstand liegt. Im Rahmen dieses Trips gerät er quasi zum Grab von Maut Cinder und dieser steht wieder auf. Er als eine Auferstehung erlebt plötzlich wieder und somit ist in der ersten Geschichte dann schon klar, wo unser zweiter Protagonist herkommt. Maut Cinder ist eine ganz besondere Figur, er ist ein Unsterblicher, der im Laufe der letzten Jahrtausende an den wichtigsten Ereignissen der Menschheitsgeschichte teilgenommen hat. Da sind ganz unterschiedliche Sachen dabei, da sind Kriege dabei, da sind diese aus 300, diese Sparta Schlacht ist da mit dabei, da sind die Schlacht an den Thermophilen? Vermutlich ist es genau die und eine Aneinanderreihung von wirklich tollen Sachen, wo der dabei gewesen ist. Das heißt also, in den Geschichten erleben wir eigentlich gerade so ab ungefähr der Hälfte des Bandes vermehrt Geschichten, wo Maut Cinder zurückblickt und seinem, obwohl er älter aussieht, dann letztlich doch jüngeren Freund Ezra, Geschichten aus seinem langen, langen Leben zu erzählen. Das ist wie gesagt, die zweite Hälfte, in der ersten Hälfte ist der größte Teil der Geschichte, einer der trägt den Titel Augen wie Blei, der ist relativ lang, da geht es darum, dass komische Menschen, die ja letztlich Augen wie Blei haben, also auch so ins Nichts starren, unsere beiden Protagonisten fangen wollen und mit denen, nun sagen wir mal, es ist kein Experiment, aber eine Operation machen wollen und die wollen die halt auch zu Bleiaugen, nennen sie die hier in diesem Comic, wollen sie die machen und darum geht es halt, ein bisschen diese Auseinandersetzung mit dieser anderen Partei, die die halt quasi fangen möchte und letztlich mit Mordcinder experimentieren. Das Ganze sind Horrorgeschichten, würde ich meinen, zumindest meistens, hin und wieder ist es auch eher etwas letztlich einfach nur geschichtslastiger, auch wenn diese relativ brutale Geschichte zum Beispiel mit dieser Schlacht, wie gesagt brutal ist, ist da eher kein Horror drin, würde ich sagen, auch wenn es vielleicht ein gefühlter Horror für die letztlich sterbenden Kämpfer dort sein kann. Das Ganze ist, und der Grund, warum ich es auch gelesen habe, war die Leseprobe, denn das ganze Ding ist wunderfucking schön. Was Alberto Pletscher hier präsentiert, ist herausragend schön. Warum ist das herausragend schön? Diese Schwarz-Weiß-Zeichnung, die zeichnet sich vor allem darin aus, dass, oder anders, wenn ihr und du und ich, wenn wir jetzt ein Bild malen würden, dann nehmen wir einen Stift, malen auf ein Blatt Papier, dann malen wir mit einer Farbe unserer Wahl, in dem Fall halt schwarz, auf einen weißen Hintergrund und zeichnen da Figuren. Was diesem Künstler hier deutlich besser gelingt, oder überhaupt herausragend gut gelingt, ist das Nutzen der Farbe Schwarz als Fläche, als Kontur, als Schatten, als Hintergrund und das Ganze wirkt zeitweise auch, klar, irgendwie expressionistisch, also es ist schon auch ein bisschen, es ist nicht alles naturalistisch, aber doch irgendwie auch schon, denn trotz der teilweise sehr abstrakten Darstellungen von Dingen, wenn wir beispielsweise diese Bleiaugen haben, die hinter Bäumen verschwinden und die Düsternis des Comics dann natürlich auch durch viele Schwarzflächen halt letztlich gezeigt wird, dann haben wir doch trotzdem regelmäßig auch, wenn man so will, Nahaufnahmen von verschiedenen, vor allem Menschen und das sind verhältnismäßig, wie ich finde, realistische Gesichter zum Beispiel, die, denen ich eine gewisse Abnutzung, eine gewisse Lebenserfahrung, eine gewisse Tragik und vor allem auch zum Beispiel Angst da sehen kann und dann kommen ganz viele Variationen von wie fülle ich Flächen aus, kommen da rein, also mal mal so einen Wald mit, keine Ahnung, unzähligen Bäumen, wo aber auch Mondschein reinfällt und immer mal hinter einem Baum so ein Bleiauge, also ein Mensch mit Trenchcoat und Hut steht und das mal auf vielen Panels, auf vielen Seiten, ohne dass es langweilig wird und trotzdem, es ist ja auch nicht riesig, es ist ja meistens nur ein Panel von, keine Ahnung, bis zu sechs, bis zu acht auf einer Seite, das ist herausragend, virtuos gelungen und das ist auch für mich ganz klar das Highlight dieser Ausgabe, nicht, dass die Geschichten, die vermutlich Österreich vermutlich nahezu ausschließlich zu verantworten hat, nicht irgendwie auch tolle Horroraspekte beinhalten würden, aber von meiner Seite aus gibt es hier eine klare Empfehlung vor allem des Artworks wegen, wer das Artwork mochte, von Blecia, der kann auf jeden Fall auch mal bei dir in anderen Sachen vorbeischauen, die es von ihm gibt, bei Avant zum Beispiel, da ist wohl noch was erschienen namens Eternauta, das ist glaube ich ein bisschen Science Fiction-lastiker und er hat auch was zu Lovecraft gemacht, die Arbeiten von Österheld, da gibt es verschiedene Sachen, auch bei Avant, der hat bei Eternauta hat er auch selbst mitgemacht, Eternauta 1969 hat er geschrieben, aber ich glaube da hat, genau, Eternauta 1969, das hat der Brettsch ja auch gezeichnet, ist also schon die glaube ich Fortsetzungsgeschichte von Eternauta, also merkst du schon, gibt eine gewisse Auswahl, ich wiederhole mich hier, tolles Ding, wunderschön und ich lasse erstmal den Patrick nochmal ran, bevor ich hier noch ein bisschen aushol, vielleicht kannst du von deinen Eindrücken berichten, Patrick. Ja, also der Eindruck, den du hier geschildert hast, mit den Gesichtern, trifft auf jeden Fall zu, ich erwähne hier Seite 156, da siehst du Mordzinder, quasi im Halbschatten und das immer aus unterschiedlichen Perspektiven, obwohl es quasi immer wieder dasselbe Gesicht ist recycelt, nur mit anderer Kurierung, also mit anderer Schattierung oder auch mal mit Blüten im Bild oder mit Vögeln vor ihm oder dann mal komplett in Weiß gehüllt, das drückt schon viel aus, ist auch sehr Monologlastig, also man lässt uns gar nicht mal unklaren, was die Leute jetzt denken, aber schon alleine die Gesichter dazu sind so aussagekräftig, dass man hier schon wirklich sehr, sehr gut anhand der Gesichter was erzählt bekommt und dazu hast du jetzt nicht erwähnt, wir sehen hier Friedhöfe, wir sehen hier Wälder und das, obwohl es nur schwarz-weiß ist, hast du das Gefühl, dass du hier Nebel hast, dass du hier Schlamm hast, dass du hier so einen abgenutzten Friedhof siehst, also wie das erzählt wird, das ist schon wirklich schon allein durch die Bilder sehr, sehr gut, die Storys an sich, die sind im Prinzip okay, aber wie es erzählt wird, das macht das Spannende aus, also wie es illustriert wird, wie es erzählt wird, dann auch die Geschichtspassagen, man spürt das mit der Schlacht in Thermofür, man fühlt diesen Gefängnisausbruch, der hier stattfindet oder das auf dem Sklavenschiff und man hat gerade durch das Schwarz-Weiß diese Unterstützung des Horrors, also dass sich hier Leute in der Dunkelheit verlieren oder in ihren eigenen Abgründen, es macht wirklich Spaß, also ich habe wirklich Bock, die Science-Fiction-Reihe zu lesen oder eben auch Lovecraft natürlich, aber Eternauter, das klang auch schon richtig cool, was mich so ein bisschen gestört hat, manchmal war es ein bisschen repetitiv, die werden beide zweimal von diesen Silberaugen gefangen, können beide Meile fliehen, also im Prinzip hättest du das einmal da auslassen können und manchmal ist es auch so ein bisschen hoppladihopp, also ja, jetzt hat Mord Cinder mal ein Silberaug erwischt und natürlich kann er die sofort irgendwie umprogrammieren, natürlich funktioniert das sofort irgendwie, manchmal ist es wirklich so, ja, der erzählt das, dann muss das ja jetzt so stimmen, da wird gar kein Freiraum gelassen, um das irgendwie zu hinterfragen, manchmal muss man das einfach da schlucken, das fand ich ein bisschen schade, also manchmal hat auch die eine oder andere Erklärung gefehlt und ab der zweiten Hälfte nach dieser, nach der Einführung von Mord Cinder wird es dann arg geschichtsträchtiger, also das ist schon ein Stilbruch, mit dem man vielleicht erstmal klarkommen muss, wenn man die erste Hälfte mit so klassischen subtilen Horror verwöhnt war, bei an sich hat das Ding Spaß gemacht, das hat sich gelohnt und wer das Artwork mag, nehmt euch einen Nachmittag Zeit, gönnt euch das, am besten warmen Kakao oder sonst was, das macht Spaß, das ist ein schöner, atmosphärischer, schwarz-weiß Comic, gerade das zu beherrschen, ist auch wieder eine Kunst für sich. Absolut, ich stimme dir hier in zwei Sachen auf jeden Fall voll und ganz zu, zum einen die Frage, ist es repetitiv? Ja, also insbesondere diese Geschichte mit den Bleiaugen, da hast du absolut recht, die ist zu lang geraten, warum ist die vermutlich zu lang geraten? Ich habe es inzwischen auch zusammengefunden, das Ganze erschien im Magazin Mysterix und wir sehen hier auch immer wieder, wenn im Magazin vermutlich die nächste Ausgabe am Start war, weil dann wieder der Titel neu eingeblendet wird oder Teil der Seite ist. Das heißt, in dem Magazin hatte dieser Comic, diese Fortsetzungsgeschichte drei, vier, fünf Seiten und dann war halt erstmal wieder Pause. In welchen Abständen das jetzt kam, das weiß ich gar nicht so genau, aber man musste vielleicht unter Umständen auch immer noch ein Stück weit die Leute abholen, die vielleicht die Vorausgabe nicht gelesen hatten. Das könnte sein, erklärt aber nicht wirklich und da hast auch völlig recht, warum man zum Beispiel diese Geschichte mit der Gefangennahme letztlich zweimal drin hat. Ich kam trotzdem mit dem Wechsel der, wenn man so will, des Genres in der zweiten Hälfte ganz gut zurecht. Ja, es ist ein weniger dieses Thriller-mäßige und tatsächlich mehr wir erzählen Geschichten, aber der verbindende Aspekt über all die verschiedenen Geschichten hier drin ist ja für mich tatsächlich vor allem das Artwork. Und du hattest ja auch gesagt, was wir alle sehen. Du hattest jetzt von Friedhöfen, von Wäldern und so weiter gesprochen. Diese Stilistik, nenne ich sie jetzt einfach mal allgemein, das vermittelt mir eine unfassbare Düsternis, eine letztlich auch eine Härte, eine Kälte und eine vielleicht auch ein Stück weit Melancholie. Wir müssen uns immer vielleicht auch ein Stück weit vor Augen halten, unser Mord Zinder, der mehr oder weniger tausende Jahre alt ist, der ist ja auch tausende Male gestorben. Der hat, und das ist bei Unsterblichen immer mal der Fall, ja auch das Problem, dass dem gute Freunde, Ehefrauen und Kinder quasi einfach wegsterben. Also das Kinderthema und das Ehefrauenthema bilde ich mir ein, war jetzt hier kein Thema, aber Freunde schon. Also mit Soldaten, die letztlich den er zumindest zu dem Zeitpunkt sein Leben zu verdanken hatte, sein Leben anvertraut hat und er hatte wohl scheinbar auch viel Glück und so, deswegen ist er immer irgendwie wieder, also es ist nicht zerstückelt worden, wie es aussieht. Also es konnte überhaupt wiederkommen, aber insgesamt ist der verbindende Aspekt für mich, wie gesagt, diese Düsternis und die ist dermaßen beeindruckend, dass es ein echtes Highlight für mich der letzten Wochen, Lesewochen gewesen ist. Klare Empfehlung auch von mir und ganz ehrlich, die werden haltens immer auch über Preise oder so, aber das hier ist schon echt gut verarbeitet. Die mussten das Ding, wie gesagt, teilweise überhaupt mal neu einscannen, weil es keine vernünftigen Vorlagen in Hübsch gab. Es ist wunderschön, einen tollen Hardcover und ich kann es von meiner Seite aus wirklich empfehlen, dass es nicht nur mit einem Kakao und einem schönen Nachmittag getan, ich finde, man kann das durchaus auch vereinzelt lesen, also gerade die kleinen Geschichten in der zweiten Hälfte, die bieten sich schon auch an, sie über einen größeren Zeitraum hinweg zu lesen. Es gibt da nahezu keine, bis keine Zusammenhänge, außer den Protagonisten selbst. Auch die Geschichte rund um Ezra, überhaupt Ezra selbst, tritt eher in den Hintergrund. Er ist dann wirklich nur noch Rahmenfigur, aber das ist auch okay, denn, ja, ich wiederhole mich, es ist einfach schön, schön düster. und vielleicht auch schon so ein Kandidat für den besten Comic des Jahres, den ich gelesen habe, mal sehen, das Jahr ist noch jung. Wir wollen es ja noch nicht den Teufel an die Wand malen, aber das war schon sehr beeindruckend. Offiziell ist der noch im Dezember erschienen, aber gelesen haben wir beide erst in diesem Jahr. Insofern ist es schon okay. Ja, mega. Ich könnte auch mal sagen, ob ihr so, liebes Publikum, ob ihr von den Comic-Cooks, also uns, in irgendeiner Form mal so Top-Listen vorhören wollen würdet. So, keine Ahnung, unsere individuellen Top 3 des Jahres oder so. Ich meine, ihr habt jetzt noch ungefähr 10 Monate Zeit, euch die Antwort darauf zu überlegen, aber wenn ihr das beantworten möchtet, dann tut das gerne in unserer Chatgruppe zum Beispiel bei Signal und bei Telegram. Muss man auch mal sagen, ich mache da immer hier so Werbung oder so, aber da sind schon echt manchmal ein paar ganz tolle Gespräche dabei. Da gibt es auch viele Interna, viele Überraschungen. Keine Ahnung, Breedstorm-Poster zum Beispiel ständig, wenn es irgendwelche Möglichkeiten gibt, was zu Breedstormen, also vergünstigt zum Beispiel bei Medimops Dinge zu holen oder so. Es ist sinnvoll, in diesen Gruppen zu sein, liebe Leute. Vor allem, ich lese auch extrem viel, das kriegen wir hier in den Ausgaben nicht unter. Auch da poste ich immer wieder mal was und der Leger-Legende postet auch immer wieder mal seine Geburtstage von irgendwelchen Zeichnern oder auch er postet den einen oder anderen etwas lockereren Lesetipp. Ja, also eigentlich postet er ständig irgendwas zu Jeff Smith und Bone, aber natürlich. Ach, ich kann an der Stelle schon mal was teasen. Oh, das mache ich jetzt. Das mache ich jetzt. Ich tease jetzt was. Ich tease einen Comeback, also ein einmaliges Comeback. Und zwar, es ist bestätigt, die letzten Tage, das wird exklusiv bei den Comic-Cookies erscheinen, wir werden im August, es dauert also noch, was aufnehmen. Und zwar, kennt ihr sie vielleicht noch, die Tradition, die es hier gab bei den Comic-Cookies, das einmal im Jahr oder alle zwei Jahre, die Comic-Cookies bei Horst Gotter vorbeigefahren sind. Horst Gotter ist einer von zwei Verlegern des Splitter-Verlages. Da könnt ihr mal im Feed schauen, da gibt es mindestens mal zwei ganz tolle Gespräche. Beim letzten war ich auch schon dabei, obwohl ich noch gar kein offizieller Cookie war. Und da geht es nicht nur darum, wie sieht denn das jetzt aus, habt ihr für ein aktuelles tolles Programm bei Splitter. Da geht es um Gott und die Welt, um alles, was die Comic-Szene gerade beschäftigt. Und der Horst, der ist halt einfach auch mittendrin in dieser Comic-Szene. Der kennt sich super aus mit Produktion, mit allgemeinen Themen. Und das wird dann ja auch zu einem Zeitpunkt, wenn wir das in diesem Jahr im August wieder aufzeichnen, ein Gespräch sein, wo er lange schon passiert sein wird. Da werden schon auch, da wird Leipziger Buchmesse schon gewesen sein. Denn es wird wohl auch, generell hat mich der, der Horst schon drauf hingewiesen, auch wohl Neuigkeiten bei Splitter geben, die ich zum jetzigen Zeitpunkt selbst noch nicht kenne. Über all das werden wir uns unterhalten. Und wer wird wir sein? Ja, die alte Crew kommt für diesen Moment wieder zusammen. Also Steffen ist am Start. Steffen Liebschner kommt extra mit. Der hat quasi sein einmaliges Comeback bei den Cookies. Der Legende wird mitkommen. Der war auch immer bei den Gesprächen dabei. und auch der liebe Marshall, der vor einer halben Ewigkeit hier gelegentlich bei irgendwelchen Aufzeichnungen dabei gewesen ist. Das ist ja auch gerade für meine Mitpodcast denn hier glaube ich eine neue Info. Wir vier werden einmalig zusammenkommen und dieses Gespräch bei ihm führen. Warum gerade wir vier und so? Weil die sich, also die anderen drei Jungs und der Horst, die kennen sich quasi alle irgendwie über diesen Comic-Stammtisch und auch schon länger. Und weil es eben diese Tradition gab, die sie da hatten, dieses Gespräch zu führen. Also ich kann schon mal für wahrscheinlich August, September ankündigen, dass wir ein großes, vermutlich viel zu langes Special-Interview mit dem Horst Gotter vom Splitter Verlag haben werden. Ich freue mich mega drauf. Ich glaube, es wird eine richtig coole Veranstaltung. Wir sitzen dann bei dem zu Hause und trinken Kaffee und meistens gibt es Schnittchen. Es wird schön. Supi. Dann ist er gekommen. Der fantastische Moment. Der einzigartige Moment. Diese Ausgabe, in dem wir gemeinsam über einen Comic sprechen wollen und wir nennen diese Kategorie Cookies Code Authority Die Rede ist von eine kleine Geschichte vom Ende des Universums. Das ist ein Comic, der erscheint ganz aktuell und ist von Hannes Klesse. Klesse ist richtig, Patrick, oder? Oder ist das Klesse? Ja. Klesse. Klesse, ja. Du kennst ihn schon ein bisschen und du hast ihm sogar Geld geschickt. Warum? Ich habe ihn nie persönlich getroffen, aber ich habe jetzt öfter über die Social Media Kanäle mit dem geschrieben. Ich mochte sein letztes Werk, auch wenn es da am Anfang ein bisschen holprig gestartet ist. Aber dadurch bin ich eben auch auf das Kickstarter-Projekt eine kleine Geschichte vom Ende des Universums aufmerksam geworden, ist bei NextArt Verlag erschienen. Also ein Verlag, wo wirklich viele Bekannte von uns arbeiten. Und ja, ich habe das Ding mitgekickstartet. Deswegen steht da unter anderem mein Name drin, deswegen stehen da auch die Interstellar-Insights drin und noch so ein paar Bekannte. Ich habe ihn eben schon seit Star Child verfolgt. Das hatte ich letztes Jahr quasi am Stück gelesen. Die ersten zwei, drei Hefte hatten für mich noch nicht so diesen richtigen Flow. Also es waren nette Ansätze. Aber es hat noch ein bisschen gestockt. Aber man hat wirklich von Heft zu Heft gemerkt, wie er gelernt hat zu erzählen. Also es wurde immer besser, es wurde immer flüssiger. Star Child war eben ein schöner, netter Action-Comic. und jetzt war ich gespannt, was er bei dem Comic macht, eben weil das uns thematisch natürlich anspricht, weil es natürlich mal wieder das Ende der Welt ist. Da bin ich sowieso immer dabei. Ich meine, ich war bei den Klopapierkriegen von 2020 in der ersten Reihe, deswegen bin ich da vielleicht ein bisschen abgestumpfter. Auf jeden Fall habe ich ein Faible für Endzeit-Szenarien. Und ja, wer will was zur Story sagen? Ja, wer will was zur Story sagen? Willst du so richtig viel kann man da gar nicht sagen, oder? Man kann sagen, dass es um eine riesige Rüstung geht, die gegen ein Alien-ähnliches Wesen kämpft und dann gegen ein anderes Wesen in einer Rüstung kämpft und dass es dann leicht mythisch wird. Zwischenzeitlich schaut auch noch der Teufel vorbei und am Schluss kommt irgendwie eine Entität, die eine Rose aus dem Xbox-Logo zaubert und quasi die Welt neu startet. Ich war ein bisschen verwirrt von der Handlung, muss ich zugeben. Ja, das ist ein bisschen typisch Science-Fiction. Also vielleicht nochmal kurz auch zu Hannes selbst. Ich kenne ihn Hannes auch schon ewig, ich hatte ihn natürlich auch schon länger im Interview und ich finde bei Hannes Kletzer, das ist so jemand, dem konntest du im Laufe der letzten Jahre wirklich dabei zugucken, wie er immer besser wurde. Irgendwann gab es da dieses, ich glaube, es war sogar ein Facebook-Profil noch, das hat er betrieben, dort hat er seine Zeichnung hochgeladen und währenddessen ich da zeitweise, keine Ahnung, beispielsweise anatomisch noch einiges fand, was mich jetzt einfach abgeschreckt hat, weil es halt nicht gepasst hat, ist, wenn man so will, in dem Sinne immer sauberer geworden. Er ist schon auch inspiriert und vor allem auch sozialisiert, wenn man so will, Comic-sozialisiert von den klassischen Superhelden, also insbesondere die Marvel-Superhelden sind es wohl gewesen, die ihn immer für irgendwas inspiriert haben und wenn wir uns seine Star-Child-Reihe angucken, die habe ich glaube ich bis Ausgabe 4 oder 5 auch gelesen, dann merkst du, dass es wirklich immer besser wird, was er macht. Das möchte ich auf jeden Fall erstmal betonen, ja dann gibt es ja diesen Protagonisten, der ist zum Beispiel auch total angelehnt laut seiner eigenen Aussage an Dwayne The Rock Johnson und so und ist alles ganz cool, wenn da so Muskelberge irgendwelche Abenteuer erleben. Das, was ich jetzt hier gelesen habe, eine kleine Geschichte vom Ende des Universums, das ist eine ganz klassische fast schon, aber natürlich auch actionlastige, weil es halt eben sein Ding, Science-Fiction-Geschichte. Da gibt es nicht auf jede Frage eine Antwort, da sind Dinge manchmal einfach so, wie sie sind, da wird durch Welten gefallen, dann betritt er eine andere vermutlich Dimension, da gibt es irgendwelche Energiequellen, es gibt glaube ich sogar nahezu komplett dialogfreie, romantische Situationen, da gibt es ganz ganz viel und ich muss auch sagen, dass ich von dem, was ich von Hannes kenne, das sind wie gesagt die ersten paar Star-Child-Sachen und das hier ist das, was mir persönlich am besten gefällt, weil es auch vom Genre her mich am meisten anspricht, weil ich das Artwork hier von dem, was ich kenne, auch mit am besten finde, es ist nicht immer perfekt, aber das muss es ja auch gar nicht sein, es ist zweckdienlich, es sieht gerade, wenn es zum Beispiel um Muskelberge geht, finde ich auch gut aus, ich finde es von der Koloration, Kolorierung muss man glaube ich sagen, finde ich es ganz toll, weil es hat einfach diese farbfeste Farbpalette, er begeht ja nicht den Fehler, alles, keine Ahnung, besonders naturalistisch oder halt eben originalgetreu kolorieren zu wollen, wir sind hier irgendwo in einer Endzeitsituation, irgendwo im Weltraum von zwei sich bekriegenden Hulk-Bustern, also unter anderem und dem Teufel und das ist schon absurd und geil zugleich und es hat mir persönlich, hat es Spaß gemacht, auch wenn ich natürlich weiß, dass das jetzt hier, das hat er in einer Sprachnachricht auch gesagt, als ich das angefragt habe, das war für ihn mehr so ein Experiment oder so eine Interlude halt zwischen einem anderen größeren Projekt und Star Child, er arbeitet wohl schon an neuen Dingen und hat neue Dinge im Kopf und das hier war jetzt erstmal was, um ein bisschen Abstand zu gewinnen und wenn ich mir das so angucke, die Seiten basieren ja, das sind ja ganz oft maximal zwei Panels pro Seite, also halt eben oft nur eine Seite, die da halt in ihrer Epicness wirken soll, ich kann mir halt auch vorstellen, dass das jetzt hier auf, was sind das, 50 Seiten ungefähr, ähm, dass die Erstellung jetzt auch von diesem Comic jetzt nicht ewig gedauert hat, ich freue mich sehr, dass er uns das Ding zur Verfügung gestellt hat und ich möchte es allen Science-Fiction-Fans empfehlen, lieber Blitzdorf, und du bist auf jeden Fall auch ein Science-Fiction-Fan, wenn du mal Parallelen vielleicht zu anderen Science-Fiction-Geschichten beispielsweise auch, meinetwegen aus Film und Fernsehen so, äh, ziehen möchtest, was, was kommt dir da so in den Sinn? Ja gut, er hat ganz klar das Alien von, von Alien inspirieren lassen, also das sieht man schon sehr große Anlehnungen an Giga, die Zeichnung insgesamt und diese, diese epische Tiefe, die er da rauszieht, das ist so, war meine Assoziation natürlich Kirby, der sowas ja sehr gerne gemacht hat, zum Beispiel bei New Gods oder so, das sieht mir ganz eindeutig eindeutig und du hast gesagt, ja, es ist typisch Science-Fiction, ich habe hinterher gedacht, das ist sehr metaphorisch, man kann vieles reininterpretieren, also ich habe nachher bei der Phase, wo sich die, ja, die zwei Rüstungen letztendlich mit den Menschen darin bekämpfen, ist es vielleicht eine Metapher für eine Beziehung, was passiert in dieser Beziehung, ne, es geht da um Mann und Frau in dem Fall, also da kann man auch vieles jetzt reininterpretieren, wenn man das möchte, man kann es natürlich auch einfach für sich stehen lassen und so ein bisschen als episches Artbook auch wirken lassen. Das trifft es eigentlich sogar ziemlich, wir haben teilweise Seiten, da wird vielleicht ein, zwei Sätze geredet, im höchsten Fall sind es sechs Sätze, die Kolorierung ist halt wirklich ultra geil, also da bin ich beeindruckt, manchmal hatte ich auch das Gefühl, dass er so ein bisschen Möbius nacheifern wollte, weil der hat ja auch Science-Fiction geprägt, ist ja im Prinzip hat Möbius auch filmmäßig die Filmlandschaft ziemlich geprägt, weil er war ja auch beim fünften Element zum Beispiel mitbeteiligt oder an Jodorowskis Dune. An sich, ich fand schon allein diesen Hike, Buster, whatever das war, sehr, sehr cool, ich bin auch dankbar, dass er mir da noch einen kleinen Head-Sketch reingemacht hat. Mich hat der so ein bisschen erinnert an so eine Mischung aus Heinrich Lerchenfeld von Steampunk und wie hieß der riesen Robo Babu diesen Film oder was? Ja. An den Film hat er dich erinnert? Ja, mit diesem etwas beleibteren Roboter, war auch ein Marvel-FM-Film. Sorry, ich google es gerade mal. Gibt's schon Robo Babu, gibt's ja. Aber wie hieß der Roboter? Ach du Schande, keine Ahnung. Baymax. Baymax, ja, danke. Du siehst ja keine Ahnung, aber das hab ich gewusst. Ja, Baymax, an den hat, hat mich das auch so ein bisschen erinnert, an so einen gepanzerten Baymax. Ich find, das wäre eine Geschichte, die hätte auch dem Grunde nach bei Cosmic reingehört oder reingepasst zumindest. Dort gibt's auch irgendwie sowas mit so einem Space-Wahl. Ich weiß gar nicht genau, wie die Geschichte eigentlich hieß. Da sehe ich gewisse Parallelen zu. Ich glaub, Project God war das genau. Das ist auch so, da gibt's tatsächlich, das kann man schon vergleichen. Ist interessant, dass du sagst, man könne hier durchaus auch was reininterpretieren. Auch so die Frage von Beziehungen. Also wenn halt meine Degen, jetzt hier zwei Personen in einer tendenziell romantischen Beziehung zueinander stehen und man trägt aber auch irgendwie so einen Schutz, also so eine Maske um sich. wie weit lässt man ja eine andere Person an sich ran. Kann man das nur tun am Ende des Universums, denn also wenn's endet quasi in der Post-Apokalypse, find ich alles ganz toll. Also natürlich gibt's dann auch gewisse Parallelen hier zu Odyssey, Space Odyssey 2001, find ich grad so gern Ende. ja, ich kann eigentlich nur Gutes dazu sagen und ich finde, dass man mit den, was sind das hier, ihr zahlt, wenn ihr das auf der Website bestellt, das könnt ihr bereits tun, für die US-Format Ausgabe 9,35 Euro, das kann man schon mal machen. Also ich finde, das ist eine tolle Sache. Ja, ich hab 16 Euro fürs Hardcover bezahlt. Ja, ach und das hat man auch ungefähr für die signierte Ausgabe immer noch oder 15, wenn's nicht signiert ist. Falls ihr in Erlang seid, bin ich mir nahezu 100% sicher, dass der Hannes da auch ist, hat er mir glaube ich erzählt. Wer wusste nicht so genau, in welchem Monat wir diesen Comic besprechen werden wollen, wer das natürlich ein bisschen teilen wollten mit der Möglichkeit, dass ihr das überhaupt auch erwerben könnt. Und ich hab so den Eindruck, als gäb's von uns auch hier wieder eine Empfehlung für eine kleine Geschichte vom Ende des Universums, von Hannes Klesser erschienen bei The Next Art. Folgt ihn auch gerne auf Facebook, Instagram und Co. Da hat er gerade zum Zeitpunkt der Aufnahmen vor sechs Tagen über den Swamp Thing Run von Alan Moore unter anderem kurz berichtet. Und da bin ich komplett seiner Meinung. Also auch das hat mich sehr beeindruckt. Also geschmackstechnisch sind wir auch da auf einem guten Level. Sympathischer Typ auf jeden Fall. Ob wir sympathische Typen sind oder nicht, das dürft ihr gerne selbst entscheiden und auch das dürft ihr uns irgendwo schreiben. Zum Beispiel auf den sozialen Netzwerken eures Vertrauens. Auch wenn sich das vielleicht selbst ausschließt. Soziales Netzwerk und Vertrauen. Aber gut, Facebook, Twitter und Instagram wären das oder eben die schon mehrfach erwähnten Chatgruppen. Da könnt ihr mit uns in Kontakt treten. Und damit beschließe ich die heutige Ausgabe. Sie war sehr schön. Ich hatte viel Spaß. Sie ist natürlich ein bisschen kürzer aufgrund der neuen Situation. Aber meines Erachtens nicht weniger gut. Ob ihr das auch so seht oder nicht, teilt es uns wie gesagt mit. Lieber Breedstorm, lieber Patrick, es war mir eine wahre Freude. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Und hört auch gern in die letzte Ausgabe von Let's Talk About Horror rein. Da habe ich über Splatterfilme geredet. Oder schlagt uns vor, wenn wir einen Comic bei der Gruppe vorstellen, ob wir das nicht vielleicht vercasten können. Weil auch das ist ja Feedback. Wenn ihr sagt, das wollen wir jetzt aber ein bisschen ausführlicher, dann vercasten wir den Comic natürlich auch gerne. Sehr gute Idee. Tschüss Breedstorm. Namaste.